Der britische Prinz Harry und Herzogin Meghan sind zum ersten Mal Eltern geworden. Wie Harry in Windsor mitteilte, kam der Junge heute früh auf die Welt und wiegt etwa 3300 Gramm. Mutter und Kind gehe es gut, über einen Namen dächten sie noch nach. Das Baby nimmt den siebten Rang in der Thronfolge ein, hinter Harry.